Guck mal, ganz böse. Aber mich nicht. Übrigens, das ist alles der Andi vom PC-Spezialisten. Nein. Doch. Einmal durch den Wallach-Eifel. Ja, klar. Meinst du, wofür ich vier Gigabyte brauche? Meinst du, wie viele Fotos ich mache? Ja, mach gleich auf jeden Fall erstmal ehrlich mit schnell beim Osterkiss. Ja, klar, Marijas. Boah, wenn ich wollte, hätte ich das Gefühl, lassen sie zum Boden.